Um mit dem Panther von Level 9 auf Level 10 zu kommen, müssen wir 70 Gegner heimlich töten, 2x3 Gegner innerhalb eines Einsatzes der Phantomtechnik töten, 20 Gegner töten ohne entdeckt zu werden und 8 Gegner mit einer MP töten ohne nachzuladen oder die Waffe zu wechseln. Einen Gegner habe ich aus Versehen schon heimlich getötet, nämlich musste ich die Drohnen nochmal zerstören, also die eigentlich in der letzten Folge fertig waren. Weil das Spiel irgendwie nicht gespeichert hatte. Und ja, da habe ich eine Drohne zu viel zerstört und das war dann hier ein heimlich. Gut, so, machen wir hier direkt weiter. Ja, 20 Gegner ohne entdeckt zu werden, noch 17. Vorne leuchtet was rot, da gehen wir hin. Das Biwag habe ich jetzt eben gerade hier mit der Drohne aufgedeckt. Dann dachte ich mir, komm, da gehe ich mal hin. Haben wir auf jeden Fall ein Gebiet, was wir hier in den ersten 10 Leveln des Level Let's Plays oder Level Guides, wie auch immer, also ist ja eher ein Let's Plays, noch nicht gesehen haben. Da unten haben wir einen Generator. Der Generator. What? Shit! Nun! Hat ja gut geklappt. Da vorne ist noch irgendwas, gehen wir da hin. Ich habe einfach nicht aufgepasst. Das hat mich so geärgert, dass ich die Drohnen nochmal zerstören muss. Das war so nervig, dass ich einfach jetzt nicht mehr aufgepasst habe. Und ab geht's. Am Biwag vorbei. Oh, na toll. Ich habe einen Lebensbalken verloren. Mein Gott! So, wo haben wir denn hier was? Oh, da. Haben wir eben was mit zwei Gegnern? Nein, drei. Ich habe gehört, die wollten Truppen einschleusen. Fragt sich nur, wer die sind. Dass die sich immer sofort wegducken, ne? Alles klar, gerade wieder aussteigen. So, da vorne haben wir noch ein paar. Wie viele sind es? Schon wieder nur zwei. Ahnung. Ich brauche drei. Drei brauche ich. Was ist das denn? Was ist das? Hm. Unnötig. Unnötig ist das. Oh, was haben wir denn hier? Da sehe ich doch was Großes. Ach, nee. Ist das wieder so ein... Vorbei? Nee, es ist tatsächlich eine Basis. Nee, es ist wieder... Ach, das ist wieder so ein blödes... Dingens. Zum Türen eintreten oder Türen aufsprengen. Ich höre doch da jemanden, sag mal. Da. Wie viele sind es? Zwei. Schon wieder. Nein, es waren drei. Der eine war versteckt. Ich höre Wulfs. Ich hörte Wulfs. Besser gesagt. Ist das hier ein See? Warum hat man auf einem See ein Schlauchboot? Ja, ein Motorboot. Oh. Waren das drei? Ja, waren drei. Ich habe unnötigerweise nachgeladen. Warum fliegen die Kugeln nicht dahin, wo ich hinziehe? Hat das einen bestimmten Grund? Okay. Du hast einen Schloss, wo er heute hört. Ja, es wird ein Erklang, wo ich hinziehe. Ja, es wird ein 박s. Ich hoffe, das ist noch ein bisschen. Ja, es wird ein paar Minuten. ногin, ich habe ein paar Minuten. Und? Ich bin gespannt. Deine Hины. absolut. Ist gut. Wo sind die Gegner? Ich sehe die nicht. Ich höre nur, aber da ist einer. Die anderen sind wahrscheinlich im Gebäude drin wieder. Haben wir ein Heli da? Wenn wir ein Heli haben, dann schnapp ich mir den Flick weg. Nein, natürlich keiner da. Toll. Toll, toll, toll. Tolles Spielzeug. Tolles Toi. Mann. Mann. Mann, oh Mann, oh Mann. So. Ja, die sind da drin. Klettert hoch. So. Dann lösen wir mal wieder ein bisschen Alarm aus. Und jetzt so ganz unauffällig den Köder dahin werfen. Da ist jemand. Wer es auch ist, kommt nicht an uns rein. Warum ist er denn jetzt da drauf gegangen? Warten wir mal ab, was passiert. Kommt irgendwie keiner raus, ne? Wer es auch ist, kommt nicht an uns vorbei. Pass auf, es sind Feindeinheiten in der Nähe. Ich würde mich auch nur am Rücken zur einzigen offenen Tür setzen. Das macht vor allem, macht richtig viel Sinn. Klassentechnik ist wieder bereit, sehr gut. Halt. Halt. Komm mit dir, wir haben gesetzt. Halt. Holy shit, was war das denn? Was war das? Was war das? Was war das gerade? Da kommen sie! Oh, Wulffs! Ein Eindringling! Du wächst nicht! Du wächst nicht! Okay, ich hätte nicht gedacht, dass die Wulffs auch außerhalb des Events kommen, aber scheinbar kommen die. Da kommt mir eine Idee. Nee, ist aber zu doof. Ist mir ehrlich gesagt echt zu doof. Hmm, dümdüm. Gehen wir wieder weg. Gehen wir mal dahin zur Erzaufbereitungsanlage. Warum auch nicht? Der Grind geht mir dezent auf den Keks. Aber wir sind ja noch nicht mal so wirklich am Grind angelangt. Bisher ist es ja noch nur Herausforderungen erledigen. Der 70-Gegner-Grind hat ja eigentlich noch gar nicht so wirklich begonnen. Und ist mittlerweile ja auch schon nur noch ein 56-Gegner-Grind. Ja. 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 Wie sonst. So, da können wir bestimmt ein bisschen was machen. Vor allem die 20 Gegner, ohne entdeckt zu werden, wäre immer wichtig. Da komme ich jetzt natürlich nicht rein. Na ja, klar. Das hat irgendwie nicht so viel gebracht, wie ich mir erhofft habe. Ja. Oh shit. Ja. Nein, nix. Nix. Sichtkontakt. Heiheihei. Es war knapp. Ich denke, hier kriegen wir das ganz gut hin. Müssen wir das mit einer MP machen? Ne, MP ist schon erledigt. Ja, dann kann ich mir eigentlich die Sniper von dem Ich hab's verstanden. Das sind verdammte Generatoren. Ernstlich. Von dem Scharfschützen krallen. Wenn einer die Dinger abschaltet, tut er gut. Und dann vorm Dach ganz gemütlich die Gegner weg snacken. Und ich glaube, genau das mache ich auch. Oh, schau mal. Teile. Teile, Teile, Teile. So, was hat er denn für eine? Eine G28. Können wir mal noch so weit aufwerten, wie es geht. Standardlauf. Ja, warum sollte ich einen kurzen Lauf auf die Sniper machen wollen? Mündung, Schalldämpfer, Laufabdeckung. Hüftfeuer juckt mich nicht. Ähm, ja. Das hier 5XI. Ausgeklappte Schaft oder eingeklappte Schaft. Das hat, glaube ich, nur optischen Wert, ne? Ja, dann lasse ich es so, wie es ist. Unterlaufschiene. Mehr Reichweite. Haben wir mal den hier. So. So. Ich habe gemeint, ich hätte da oben einen gesehen. Habe ich mich wohl getäuscht. Ein Bote. So. Jetzt sehe ich natürlich von hier aus keinen Gegner mehr, das ist doof. Das ist echt doof. Das macht mich persönlich betroffen. Das sind zwei. Ah, guck mal da. Meine Güte. Hat noch als heimlich gezählt, sehr gut. Schade, die Geschütztürme zählen nicht als Gegner. Das ist wirklich, wirklich, wirklich schade. Da läuft ein Gegner. Was? Wie, der hat ihn ausgehalten. Toll. Ich habe ihn getroffen? Okay, krass. Unexpected. Wo bist du? Hm. Wo bist du? Hm. 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 Oh, das ging nicht weit genug. Die aber. Jetzt habe ich keine Granaten mehr. Toll. Ich bin hier nicht. Ich bin hier überhaupt nicht. Hätte ja klappen können. Da. Ein Funker. Ein angeschossener Funker, der aber noch lebt. Tja. Okay, der ist da unten drin. Frage ist wo. Nee, Mann. Wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Tja. Tja. Wir sind hier irgendwo ganz sicher. Okay. Einer da und einer da. Alles klar. Hilft mir jetzt nur bedingt weiter. Bin ich im Kampf? Ja. Ja. Um sicher zu gehen. Wie hart kann man denn daneben schießen? Ja. Ach komm. Andererseits. Komm, ich lasse mich töten. Umso schneller sind wir wieder im Gebiet, wo Gegner sind. Beziehungsweise wir spawnen ja direkt jetzt wieder da. Oh nein. Meine MP5 liegt noch auf dem Dach. Fuck. Scheiße. Nun. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Tja. Nun. Jetzt ist sie weg, die MP5. Naja. Dann killen wir ebenso noch ein paar Gegner. Ja. Level up. Moment mal. Töten sie Gegner während der Phantom-Technik. So. Zwei, ne? Ne, drei. Verdammt. Kriege ich noch einen dritten irgendwo? Komm, ich brauche noch einen dritten Gegner. Da ist das ein Gegner? Ne. Ich brauche noch einen dritten. Ich habe eine... Meine Idee, die ist... Also mein Plan ist leicht zu durchschauen. Ich will wissen, ob das... Ich will wissen, ob das... Meine Güte, was hüpft der denn da rum? Ich will wissen, ob das funktioniert. Ich muss wissen, ob das funktioniert. Ich muss wissen, ob das funktioniert. Wie, die... Die Gegner. Der Phantom-Technik. Steht nicht wie. Also theoretisch müsste das zählen. Die sind zu weit weg, oder? Nee. okay probieren wir es hat geklappt es hat geklappt sehr geil sehr sehr geil die halten aber ganz schön viel aus wenn man kein scharfschütze ist da läuft noch einer schau mal wie ist der denn da rum geflogen hinter dem auto ist noch einer da hinten nee nix zentrale zentrale kann grad nicht oh nee sie haben mich entdeckt manu sie haben mich entdeckt oder auch nicht oder auch nicht oder auch nicht nee jetzt hat er mich entdeckt oder konzentriert euch tötet alles was sich bewegt ich hoffe es geht nicht durch oder oder geht es durch ne geht nicht durch ach ja die sprüche klopfer du bist sowas von tot bin ich das interessante auslegung des wortes tot die klassentechnik ist wieder bereit sehr gut und noch ein heavy und ein nicht ganz so heavy ich glaube der grant ist gar nicht so schlimm ach man das war sie schießt jetzt ohne schalldämpfer solange die mich nicht sehen ist ja egal aber dann sterben sie wenigstens ein bisschen schneller dünn 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 ach man warum klitscht das immer wieder nach oben ja wo bist du denn ja da findest du mich aber nicht Freundchen ein bisschen chaos verursachen da ist einer guck mal da ok sie sterben dann trotzdem nicht mit einem schuss das ist schade ja da toll ich glaube mir geht die munition aus bevor ich hier noch irgendwas reiße so machen wir mal gegen hier wir sind nicht allein bleibt wachsam noch 20 gegner heimlich töten und immer noch 20 gegner töten ohne entdeckt zu werden was sich für mich irgendwie als sehr schwierig herausstellt hier im moment aber ich hätte auch gerne meine mp5 wieder bin ich entdeckt immer noch ja gut also nicht entdeckt sondern im kampf ich muss zu einem biwak ich muss zu einem biwak vielen dank für die karre ich bringe sie auch nicht zurück versprochen so schauen wir mal ich müsste zum biwak um ja nochmal eine andere waffe zu bekommen na toll wenn ich da unten rum hätte fahren wollen wäre ich direkt unten rum gefahren na toll naja egal wenn ich weiß ideal andererseits muss ich auch einfach noch Gegner töten ohne entdeckt zu werden oh ich dachte den baum hätte ich können umfahren aber hab mich wohl getäuscht so keine simultan schuss drohen mehr das ist schade warum ist das magazin jetzt der sein wurde ich jetzt entdeckt oder nicht wahrscheinlich nicht so richtig gut oh shit ein konvoi und die klassentechnik ist wieder bereit auch gut es hat aufgehört oder es nieselt noch ein bisschen naja vielleicht ein bisschen mehr als nieseln schönes wetter wo ist der regenbogen wo ist er realismus zu oh hallo sorry aber dafür muss ich mir jetzt einfach mal gerade noch mal ein paar simultan schuss dröhnchen basteln wenn ich es könnte mir fehlen leider ein paar drobenteile nun dann da haben wir ja schon mal wieder zwei drohenteile ob das die richtigen sind weiß ich aber nicht finden wir es raus nein das geht einfach immer so wer sind hier die bösen noch drei gegner heimlich und dann haben wir die noch einen so frage ist wie viele brauchen wir jetzt noch oh das war's nice wir sind auf dufe 10 endlich ich freue mich nice ha 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 Untertitelung des ZDF, 2020